Millionen ausgeben. So! Ah! Oh, Entschuldigung! Ich bin... Oh, ich bin erschrocken! Ich bin jetzt erschrocken! Ja, ich auch. Ich hab auch nicht gesehen. Ist der mit dem Schirm da? Ja, jetzt mit dem Schirm. Oh Gott! Ich hab auch nicht gesehen. Ich hab auch nicht gesehen. Ich hab auch nicht gesehen. Rosen sind rot. Ich schreib dir ein Gedicht. Er dreht sich um und furzt mir mitten ins Gesicht. Was ist los, du Tamponraucher? Ich hatte das zuerst im Mund. Du hast deine Zungen in meinen Mund gesteckt. Ja, und dafür geht's jetzt mir, David Peschke. Gym life, gym life, gym life. Scheiß drauf, ich will mein Ben & Cherries. Oh, da ist ja noch einer von meiner Sorte. Ist das Alan? Alan! Hey! Alan! Sie kriegt alles, was sie will. Ja, 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 ja. Sie kriegt alles, was sie will. Ja, 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 ja. Was für ein schöner... Das ist meins, ja. Es gehört nur mir. Ich teile es nicht mit dir. Also fick dich. Alan! 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 Oh, das ist nicht Alan. Steve... Nein, Steve. Steve! 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 Vorlistiges Dreckstick-Tampo-Aushilfe. Hey, ich war es nicht Was ist los, die Arschfläche? Nix, 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 nix